Eigentlich scheiss es mich ja an, die Videobotschaft zu machen. Aber es ist leider eine Realität. Wir leben nach wie vor in einer Welt, in der hunderte, ja tausende Unternehmen jedes Jahr ihre soziale und ökologische Verantwortung mit Füssen treten. Sie tragen zur Verschlimmerung der Klimakatastrophe und der sozialen Ungerechtigkeit auf diesem Planeten bei. Darum gibt es Public Eye. Public Eye zeichnet jedes Jahr die Schlimmsten unter diesen Unternehmen aus. Jetzt geht es darum, dass du und ich Farbe kennen und dass wir zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Geht weiter auf www.publiceye.ch. Merci.